Was haben wir denn da? Da, der London-Nautiker-Waggon. An Bord Totenkopf, Chefwissenschaftler mit dem Zielmord. Ich schnapp mich nicht nur, Dreckigall, Sebenraubfahrer. Okay. Was haben wir denn da? Noch mehr Raketen. Die Frage ist nur, wie kommen wir da rüber? Okay, versuchen wir es mal so. Sieht gut aus. Hm. Vielleicht gehen wir nach oben. Ja, ist klar. Ich glaube nach oben. Okay. Vielleicht komme ich irgendwie jetzt nach oben. Ah, schauen wir. Hier geht's auch entlang. Die Soldaten des Regimes sind hoffnungslos romantisch. Ich hab einem den Kopf mit einem Hammer eingeschlagen, als er meinen Handschuh aufheben wollte. Welch ein Junge hätte Vater mir das Schießen beigebracht? Stattdessen weiß ich, wie man Kranke pflegt, verschollene Relikte ausgräbt und wissenschaftliche Arbeiten schreibt. Ich würde so gern einen Soldaten kennen. Er könnte mir beibringen, kein Mitleid zu fühlen. Er würde mich verstehen. Kein Mitleid zu fühlen. Er ist schon genug abgeschlachtet und redet von Mitleid. Naja. Okay. Ah, noch mehr Spielsachen für mich. Sehr schön. Tesla-Laserkraft verbessert. Oh. Ein Scharfschützengewehr. Meine Gebete wurden erhört. Was zum Teufel? Was? Wow. Ist da oben ein Hundezwinger? Ich hoffe, das ist meiner. Hup! Ah. Der ist schon lange tot. Was soll das dir nicht mehr die Mühe machen? Splash. Auf Wiedersehen. Ah. War da gerade nochmal? Nein. Okay. Ah. Scheiß-Trummer-Rauch und überall Soldaten. Wir haben ja fast den Arsch weggeschossen. Ach, oje. Was soll ich denn sagen? Na. Wenn ich nicht aufpasse, stürze ich hier jetzt auch noch ab. Äh. Hm. Hier komme ich nicht durch. Dann schmeiße ich mich eben durch. Ach. Okay. Hup. Zack. Zack. Sehr schön. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Hm. Langsam. Ja. Ah. Oh. Okay. Wir haben's geschafft. Weiter. Oh nein. Wirklich jetzt? Mal schauen, wie lang du mich noch siehst. Hässlicher Nazi. Wo versteckst du dich denn? Moment mal. Okay. Vielleicht kann ich mich doch durchschleichen. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Nicht schon wieder du. Das mit dem Schleichen hat sich wohl erledigt. Komm schon. Du musst dir wohl wieder die Fresse wegbrennen. Äh. Nee, 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 sei doch nicht so uncool. Komm schon. Ressliche Supersoldaten. Okay. Jetzt ist der Helm wenigstens weg. Dann kann ich deine Birne sehen. Jawoll. Noch mehr von denen. Ach man. Schon wieder keine Munition. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ja. Dann sprinten wir mal von Deckung zu Deckung. Wir schnappen uns das große Kaliber. Und räumen auf. Ah. Friss. Hässlicher Bastard. Was zum Teufel. Wer war das. Ah, du schon wieder. Da kriechen sie den Berg hinab. Wie die Ratten. Mist. Ich bin ziemlich weit weg. Ich muss weiter vorrücken. So treffe ich niemanden. Verdammt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Erledigt. Das waren sicherlich noch nicht alle. Halt dein Maul. Oh, lass das mal, hey. Das ist nicht nett. Mit deinem Raketenwerfer. Ja. Noch so ein großer Wichser. Bewege mich zu der anderen Position. Ja, ja. Beweg dich ruhig. Scheiße. Scheiße. Das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Wow. Okay. Der hat sich selber in die Luft gejagt. Deckung, Deckung, Deckung. Wo seid ihr denn? Wenn der Fette da oben nicht wär. Wär alles in Ordnung. Ah, ich brauch Deckung. Ich brauch Deckung. Okay. Ah. Scheiße. Okay. Wie viel hab ich? Das könnte klappen. Ich seh nichts. Jawoll. Erledigt, du Drecksack. Okay, okay, okay. Was zum Teufel? Boah, ich seh nichts mehr. Dieser verdammte Rauch. Dieser verdammte Soldat. Ah, fuck, nein. Was? Nein, oder? Wegen einem Soldaten darf ich jetzt alles nochmal machen. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Dafür kriegt ihr ein paar Kugeln in den Rücken, ihr Schweine. Mann, nee. Den ganzen Berg nochmal. Halt's Maul da oben. Weg mit dir. Noch einer? Ich kann dich sehen. Oh, dreckiger Penner. Okay. Komm raus zum Spielen, Kumpel. Na, spiel mit dem hier. Was? Alter. Der hat drei Stück geschluckt. Okay. Noch mehr. Kein Problem. Mit euch werde ich fertig. Oh nein. Okay. Vorrücken. Alles klar, alles klar, alles klar. Oh. Das war knapp. Da, hier. Frest Gatenin. So sieht's aus. Oh, 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 oh. Okay, weg mit der Knarre. Ich brauche eine geeignete Position zum Snipern. Aber wo? Oh, 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 oh. Oh. Verdammter Raketenwerfer. Soldat. Der ganze Berg ist voll mit Nazis. Zeit, einen Leichenberg draus zu machen. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Rüber. Ja. Okay. Nehmen wir das. Und radieren einen nach dem anderen aus. Fuck. Dieser Drecksack. Wo steckt der? Da. Na, komm her. Schieß doch deine Raketen. Alter. Komm schon. Nein. Verdammt nochmal. Scheiße, scheiße. Oh. Nicht du da oben auch noch. Ah. Jawoll. Ein Treffer und der war erledigt. Jetzt noch zu meinem weißen Freund. Bam. Erwischt. Volle Breitseite. Hey, feindlicher Kontrollpunkt in Sicht. Passen Sie auf sich auf. Sie haben schwere Waffen in den Ureluge. Ja, ja. Wenn es weiter nichts ist. Mit den schweren Waffen. Oh, fuck. Werde ich schon fertig. Ah, du da oben. Du hast mich also das letzte Mal gekillt. Okay. Kommen da noch mehr? Oder war das erst? Der Anfang. Komm schon. Ja, ich wusste es. Nachladen, nachladen, nachladen. Ja, kommt schon. Ja, hier. Ein paar Granaten für dich. Und noch eine. Jawoll. Erwischt. Keiner hinkommt. Mal den Kugeln. Verdammt. Alter. Ein Raketenwerfer, Fuzzi. Okay. Wer ist schneller? Du oder ich? Ah, ein Treffer, mein Freund. Einen Treffer. Und du stehst noch immer. Wie lange stehst du noch? Versteck dich nicht. Ich bin hier. Das war's. Im Fetzen gesprengt. Drecksack. Okay. Wie viele kommen dann noch? Wird das irgendwann mal ein Ende haben? Wir werden sehen. Wie sieht's hier aus? Oh oh. Oh oh. Hi. Scheiße. Der trifft mich auch noch. Da. Ja. Wie schmeckt dir das? Drecksack. Gib mir deine Waffe und deine Rüstung. Ich muss weiter aufräumen. Auf geht's. Ein Terrorist. Ja. Hier ist der Terrorist. Na komm schon. Schieß dir die Beine weg. Oh nein. Oh doch. Das war einmal dein Arm. Was? 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 Du hast mich umschlichen, ja? Oh oh. Fuck. Guter Junge. Sehr guter Junge. Nein. Hat dir niemand gelernt, du sollst richtig um die Ecke in Deckung gehen. Okay. Hier ist niemand mehr. Ich kann in Ruhe einsacken. Okay. Alles klar. Weiter geht's. Aha. Dann gehen wir mal da runter. Sehr schön. Oh oh. Ja, ja. Aber erstmal habe ich übelste Probleme hier. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Erledigt. Gut, 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 gut. Na komm schon. Na. Willst du mich verarschen, oder? Nicht mit mir, mein Freund. Wer will noch eine Granate? Du? Gut. So. Ab nach unten. Schnell alles einsammeln. Okay. Okay, 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 okay. Sehr schön, sehr schön. Auf geht's. Wie sieht's da unten aus? Ah, Mist. Ich muss so runter. Ich weiß, dass da jetzt welche durch die Türen kommen. Wusste ich's doch. Oben auch? Wusste ich's doch. Ich kenne schon eure Spielchen. So sieht's aus. Ah. Gut, das war's. Okay. Weg mit der Waffe. Jetzt muss mir ein Sprung wagen. Scheiße. Ah, fuck. Lass mich los, Narbenfresse. Oh. Ja, Mann, Fergus. Mach ihn den Kopf kürzer. Huh. Das war lustig. Sie werden mir nicht sterben. Bleib durch. Spreng sie rein. Ja, Mann. Ich komme. Was ist denn ein Blöder? Ah, verdammt. So sieht's aus. Dann dreht mir mal den Rest der Bande in den Arsch. Oh. Schau an. Ja. Ah. Okay, okay, okay. Ah, ja. Mhm. Nur am Sternen auf dieser Brücke. Ah. Hängt mit dir. Splash. Drecksack. Okay. 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 Wo steckt der denn? Ah, da ist der. Okay, ich habe keine mehr. Ich habe es verstanden. Jetzt muss ich so kämpfen. Tod. Nur am Sterben auf dieser Brücke. Wow. Oh, nee. Ah. Ah, da. Fuck. Geh mir nicht auf den Sack. Lade noch. Ich lade noch. Ja, lade noch. Lade noch. Ja, da. Lad mit meinen Kugeln nach in deinem Körper. Nein, 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 nein. Diesmal nicht, ihr bösen Nazis. Das war's aber jetzt. Endgültig. Ich muss die Papiere aus dem Zug holen. Ah, alles klar. Sehr schön. Dreckssäcke. Zwei Raketen. Gar nicht gut gebrauchen. Wow. Oh, das gibt es doch nicht. Okay, nachladen. Drei Schuss. Eins. Ah. Und der war ein Volltreffer. Auf geht's. Holen wir uns die Papiere. Hier ist leer. Wie sieht's da aus? Auch leer. Waggon sechs. Yeah. Auf Wiedersehen. Da sind sie. Herr mit den Papieren. Ich hab die Papiere. Und jetzt? Wir müssen uns beeilen. Die Immunzäre startet heute Abend vom Londonautica. Sie brauchen da oben ihre Ausrüstung. Aber sie müssen sie als Gepäck aufgeben. Handgepäck gibt es. Sie dürfen nicht aufreißen. Du brauchst eine Rasur und einen neuen Haarschnitt. Und eine Mütze schlafen. Gepäckschnitte sichern. Sicherheitsboden schließen. Auf geht's zum Mond. Wenn Sie auf dem Mond angekommen sind, müssen Sie Ihre Ausrüstung aus dem Gepäckbereich holen und dann die Entschlüsselungskur zu.